Hallo und Willkommen zurück zu Starbound! Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Ich habe zwar die Musik, also die Infobielmusik, komplett runtergedreht. Oder auf 5% oder so gelassen. Aber, man weiß ja nicht. Was wollten wir denn machen eigentlich in der... Oder was haben wir in der letzten Folge? Wir haben unser Haus gebaut. Ach, ich sehe, wir müssen sowieso noch runter. Wir brauchen einen Trieb... Stopp! Ach ja, hier... Wo ist die Kaffee statt? Ach so, ich musste meine Waffe erheben. Sorry. Sorry. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Ich bin der Kaffee. Lassen Sie sich lassen. Ich bin der Kaffee um den Kaffee um den Kaffee zu tun. Null. Hier ist der Kaffee. Ich bin der Kaffee. sagen mit dem haus hier der planet gefällt mir nicht ich weiß jetzt gerade nicht was das schon reingetan hat in das haus die kisten ich weiß nicht was in den kisten ist die einrichtung und er würde stehen lassen was ist denn ein kisten das ist jetzt da was ist denn das drin ah es ist drin das haus kommt aufeinander mit den scheißlechern was man da da bauen wir uns woanders zu finden was schöneres was gut das aquarium nehmen wir auch mit nein gute da unten ist kohle die hole ich mir zuerst und dann mit wir um möglichst bald bei diesem scheiß planeten unterkommen vielleicht gehen wir auch noch weiter in den alpha sektor bei dem alpha sektor ist ja nichts was uns gefährlich werden könnte dann nutzen wir das quasi ein bisschen aus das ist die 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 ein Schiff. Eine harte Mantra Plate. Die können wir gut gebrauchen. Schon später. Aber hier müssen wir jetzt keine Fackel setzen am Anfang des Planeten. Weil wir direkt an der Affenstadt ausbauen sind. Der König, nochmals angekommen sind. Sonst, geht es weiter. Ein Gerner, dort ist es ein Ratschland. Und das ist auf den Weg. Der König, aber mit der Krise. Es geht nicht um und hat ein Ratschland. Ich erneut sich selbst. So, hier... Ist das selber? Ich gehe ja fast auf das Haus hier. So, hier... So, hier... So, hier... So, hier... So, hier... So, hier... Ui, 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 ui... Und dann gehen wir weiter... So... Noch eine? So, hier... So, hier... So, hier... So, hier... So, hier... Oh, noch. Fall um, warum? Ich glaube, die sind nicht durch. Los, da oben auf die Monster. Oh, da oben auf die Monster. Jetzt muss ich noch dunkel hier. Ja, ich kriege zu viel. Oh, ein Stückchen. Wow. Scheiße. Okay, ich kann nicht schlettern. Ich kann nicht mehr weiter. Nein! Egal. Ich glaube, wir haben jetzt genug Kohle gesammelt. Und können uns auf... machen in den Eifern. Alpha-Sektor. Eine Sache gerade noch, die ich nachgucken möchte. Das haben wir ja. Wenn wir über... Silver Chest Plate. Silver haben wir doch auch gefunden. Nein. Da unten sind sieben Blöcke. Hier haben wir aber schon... Ja. Dann können wir uns jetzt gleich ein bisschen Verrüstung und Kraft. Mache ich das doch mal gerade? Muss ich die vielleicht hier drüber schnell anwählen? Hier und unten. Na jetzt. So. Na gut, dann. Ich brauche noch etwas Neues. Hier brauchen wir nicht. Silver. Chest Plate. Wutte? Ach, wir haben schon alle Silver. Wir brauchen jetzt die Nummer höher. Was braucht man denn dafür? Pixel, Gold war... Naja. Naja. Silber. Ah. Stil war es hoch. 1200 Pixel. Ich bin jetzt. Hm. Ich bin jetzt nicht oder nicht. Ich bin jetzt nicht. Okay. Ja. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ja. Und ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Das ist alles immer. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt. füllen. Würde gerade reichen, glaube ich. Ja, jetzt haben wir noch 29 Streibstoff. Ich glaube, ich habe das nicht. Aber zum Rückgenehre auf den Platz. Ach, Picksler, ich habe ein Stachion. Ich glaube, ich habe den Druck auf den Platz. Ich habe den Druck auf den Platz. Aber dann abgesehen von dem nachher. Ich habe das nicht. Aber dann abgesehen von dem nachher. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht mehr in den Stil. Was? Quaft, Mensch. Das ist richtig sehr. Ja, ne? Das ist ja überhelfen, habe ich ja. Ich weiß nicht, dass du hier warst, Mann. Ich weiß nicht, was ich noch muss sehen, Mann. Was gibt es da? Das ist dieepflamme. Warte. 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 Bin ich grad irgendwie hier? Was ist denn denn? Bin ich ja dann falsch? Ach, ich bin am Falschgeraschen-Team. Oh nein, ich bin stilbar. Kohle und Eisen. Äh, Eisen hab ich, glaub ich. Zuhauf. Sondergitlein. Sondergitlein. Und das. Und das. Ach, guck an, ich hab's nur noch eins. Ach, ich hab's nur noch eins. Ach, Mist. Nein, ich hab ja keine Kohle. Die hab ich doch. Sondergitlein. Gib über ein Schiff, Sandriputan. Tut, du... Du, du finst nicht. Ja dann geh ständig gut, du kriegst in die K Евse. Es ist auch wirklich ein Schiff. Siehst du, Du? Ja, oh du. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk K Oh, ich habe mich verändert, ich habe mir nicht gelesen, Okay, we're out, we're going to set it up, we're going to set it up, we're going to Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das für ein Monster? Habe ich keine... Was ist das für ein Monster? 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 Was war das? Was ist das für ein Monster? Was ist das für ein Monster? ja 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 dann durch den Sand und so und hier geht es weiter durch den Sand so und hier geht es weiter durch den Sand dann so oh So, hier bleib ich jetzt ein bisschen. So und hier gehts auch mal ab. Das war nicht weit, aber immerhin ein bisschen. Ah, das ist richtiger Sand. Der rutscht leider nicht. Oh, da ist Gravel. Oh, da ist ein bisschen. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020